Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Andreas Schödl und von mir gibt es heute Tipps, wie man im Schnee richtig fotografiert. Tipp Nummer 1 ist eigentlich der gleiche wie bei Kälte. Wenn der Schnee liegend bleibt, dann hat es schon mal mindestens 0 Grad, also eher in die Minusgrade gehend, das heißt gescheite Schuhe, gescheites Gewand, gute Jacke, Handschuhe, sehr wichtig und eine Haube. Noch ein kleiner Tipp zu den Handschuhen. Wie in dem Kältevideo habe ich euch schon gesagt, kauft euch solche, die die Finger abgeschnitten haben, wo man nachher noch so Fäustlinge draus machen kann. Ich habe heute schon fotografiert mit diesen Sporthandschuhen. Wir haben so eine Gumminopierung. Die Kamera liegt sehr gut in der Hand und ich kann trotzdem alles bedienen. Probiert es einmal aus. Tipp Nummer 2 ist eigentlich, wie stelle ich die Kamera jetzt richtig ein, dass ich gute Fotos machen kann. Weil der Schnee weiß ist, reflektiert er das Licht. Heute ist eher weniger der Fall, da die Sonne von den Wolken verdeckt ist. Das heißt, man merkt es nicht so stark. Aber man sollte den Auto-Modus weglassen. Geht in den manuellen Modus und stellt euch die Kamera so ein, dass euch die Kontraste nicht untergehen. Denn die Kamera versucht ja auf ihr 50%iges Grau zu kommen und wenn viel Weiß da ist, das reflektiert, dann werden eure Bilder dünkler. Das heißt, haut es euch in den manuellen Modus, schaltet euch den Live View ein, falls ihr habt und stellt euch so die Kamera ein, dass ihr gute Fotos zusammenbringt. Tipp Nummer 3 ist eigentlich fast schon dasselbe wie davor, denn Schnee ist weiß, andere ist nicht weiß. Das heißt, viele Kontraste da. Nutzt das. Wenn man nach hinten sieht, einige Gräser sind noch schön draußen und sind nicht vom Schnee bedeckt. Das sind kleine Blickfänge. Nutzt das in euren Fotos, schnappt euch den Eyecatcher, was nicht weiß ist. Tipp Nummer 4. Nutzt den Schnee als Reflektor. Wenn die Sonne draußen ist, merkt man den Effekt natürlich besser als jetzt, aber wenn man das Modell oder euren Partner, was auch immer, was ihr fotografieren wollt, tiefer am Schnee platziert, dann kann man da unten gut die Schatten aufhellen und ihr braucht keinen Reflektor mitnehmen. Tipp Nummer 5. Falls ihr das Glück habt und es schneit noch, achtet darauf, dass eure Kamera Spritzwasser und Staub geschützt ist oder das richtige Objektiv oben ist, dass das begünstigt. Weil nicht, dass euch nachher doch ein paar Wassertropfen reinkommen. Ich glaube zwar nicht, dass es unbedingt der Kamera schaden wird, aber sicher ist sicher, denn eine Kamera ist jetzt nicht gerade das Billigste, was man sich kaufen kann. Falls ihr euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonnet den Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss! Warte. Ich sollte es immer schon mal machen. Okay, danke. Meine Frauen, meine Damen und Herren.